Hallo und herzlich willkommen zum heutigen kurzen Video. In einem heutigen kurzen Video möchte ich dir einmal kurz, knapp und dennoch mathematisch korrekt erklären, wie du ein typisches, bestimmtes Integral, also ein Integral mit gegebenen Grenzen, obere Grenze, untere Grenze, ganz einfach berechnen kannst. Also, der erste Schritt, das siehst du hier schon, besteht immer darin, die Stammfunktion zu bilden. Bei ganz rationalen Funktionen, wie jetzt hier bei dieser quadratischen Funktion, ist das gar nicht so schwer, denn alles, was durch ein Plus oder durch ein Minus getrennt ist, wird einzeln integriert. Wir haben hier also drei Pakete, erstes Paket, zweites Paket und drittes Paket. Wir kümmern uns als erstes um 3x². Hierzu lässt du ein bisschen Platz, notierst deine Variable, in dem Fall heißt die Variable ja x, und rechnest im aktuellen Exponenten plus 1. Ja, 2 plus 1 ist 3, das ist nämlich dein neuer Exponent. Und die Vorzahl kannst du jetzt relativ einfach ermitteln, indem du die aktuelle Vorzahl durch die neue Hochzahl teilst. Hier ist also die Rechnung 3 durch 3. 3 durch 3 ist 1, ja, du kannst die 1 hinschreiben. Kannst sie allerdings auch weglassen. Ja, nächstes Paket. Denke bitte immer dran, x ist eine Abkürzung für x hoch 1. Das heißt, wir lassen wieder ein bisschen Platz, notieren unsere Variable, rechnen wieder im Exponenten plus 1. 1 plus 1 ist 2 und haben damit den neuen Exponenten. Jetzt wieder Vorzahl durch neue Hochzahl. Minus 8 durch 2 ist nämlich minus 4. So, und hinter einer Reihenzahl notierst du einfach nur ein x. Jetzt kannst du hinschreiben, entweder ein x oder einfach nur, ja, wenn du die 1 weglassen möchtest, einfach nur das x natürlich. Dahinter notierst du dann am besten einen senkrechten Strich und schreibst deine gegebenen Grenzen dran. Die 1 ist die sogenannte obere Grenze, die 0 ist die untere Grenze. Damit hast du auch schon hier den ersten Schritt komplett abgehakt. Das heißt, erster Schritt ist erledigt. Und wir kommen zum zweiten Schritt. Im zweiten Schritt setzt du nämlich als erstes jetzt für jedes x die obere Grenze ein. Das heißt, jedes x wird jetzt hier einmal durch die 1 ersetzt. So, und dann sind wir bei 1 hoch 3 minus 4 mal 1 zum Quadrat plus 1. Dann notierst du ein Minuszeichen, eine Klammer auf und ersetzt jetzt jedes x durch die untere Grenze. In dem Fall also durch die 0. Hast du andere Grenzen, dann natürlich andere Zahlen einsetzen. Aber vom Ablauf ist es exakt dasselbe. Also erstes x durch 0 ersetzt. Dann sind wir hier bei 0 hoch 3. Dann das zweite x, also minus 4 mal 0 zum Quadrat. Und jetzt noch das dritte plus 0. Ja, dritter Schritt. Jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch ausrechnen. Und dann haben wir dann auch schon das Ergebnis dieses Integrals. 1 hoch 3 steht für 1 mal 1 mal 1. Das ist 1. 1 zum Quadrat ist 1. Minus 4 mal 1 ist minus 4. Ja, plus 1 fällt nicht weg. In der Klammer kommt 0 raus. Ich könnte jetzt hier minus 0 notieren. Genau so. Und jetzt noch ein letzter Rechenschritt. 1 minus 4 ist minus 3. Minus 3 plus 1. Da sind wir bei minus 2. Und das ist dann auch schon das Ergebnis. Also drei Schritte, die du so auf jedes andere Integral übertragen kannst. Erstens Stammfunktion bilden. Zweitens obere Grenze minus in Klammern untere Grenze. Drittens ausrechnen. Wenn du wissen möchtest, ob du das, was ich dir jetzt gerade erklärt habe, wirklich verstanden hast, habe ich hier einen kleinen Hinweis. Du siehst jetzt hier zwei Videos, die ich so schon auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Das erste Video hat das Integral von 0 bis 1 von minus 3x² plus 8x minus 1. Das zweite Video ist das Integral von 0 bis 1 minus 8x hoch 3 plus 4x minus 3. Versuche doch einfach mal ganz kurz jetzt hier nach diesem Video diese beiden Integrale eigenständig zu lösen. Gehe dann natürlich auf diese Videos. Dann kannst du nämlich aus diesen Videos eine Art kleine Übungseinheit machen, um zu überprüfen, wie gesagt, ob alles klar ist. Und dann kannst du deine Lösung mit der Musterlösung in den jeweiligen Videos vergleichen. Und natürlich werde ich dir diese Videos in der Videobeschreibung hier drunter verlinken. Und ja, ich denke, manchmal reicht einfach eine kleine kurze Erklärung nicht aus. Einmal ganz kurz abchecken, ob alles sitzt. Wie gesagt, löse diese beiden Integrale. Vergleiche deine Aufgabe oder deine Lösung mit der Musterlösung in den jeweiligen Videos. Und wenn du dann siehst, dass du alles richtig gerechnet hast, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du zumindest mal diese Grundlagen hier beherrschst. Ja, das war es von mir für heute. Ich wünsche dir wie immer ganz, ganz viel Erfolg beim Lernen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.